hey leute willkommen zurück zu faster than light freut mich dass ihr wieder mit dabei seid wir fliegen jetzt mal ganz schnelle gleich zum ausgang und vielen dank für den tipp dass die flotte die rebellenflotte im nebel nur halb so schnell unterwegs ist das wusste ich auch noch nicht gut wir haben 69 schrott ansonsten sieht das hier alles schon recht mager aus wir haben ja noch ein bisschen spielraum und ich würde mal sagen die nutzen wir auch gleich mal aus hier könnten wir reparieren aber wir haben ja nichts zum reparieren wir sind soweit ganz gut aufgestellt ich beaktiviere mal wieder die abwehrdrohne und ich würde sagen wir fliegen jetzt mal hier hin was gibt es denn hier tolles gar nichts das ist natürlich super gut dann fliegen wir jetzt dahin was gibt es denn hier ein dringelige antwort und darauf hätte ich wirklich verzichten können sultana aufklärer das ist aber ganz schön ganz schön blöde wir schießen mit einer rakete auf die schilde genau laufen gleich zum antrieb er hat jetzt schon ein bisschen kassiert die muss ich da mal wegziehen ok die schilder haben bei denen schon mal gelitten dann kriegen sie noch mal einen drauf system beschädigt ja das ist natürlich ein bisschen blöd drohne kümmert sich um die sauerstoffversorgung wir haben jetzt schon ein bisschen kassiert was in erster linie daran lag dass die schilde down waren das ist halt nicht so cool was machen wir schießen jetzt einfach mal auf die waffen system aber sollte es sowieso gewesen sein das war es auch wunderbar 47 schrott zwei raketen zwei treibstoff das war doch mal ganz nett auch wenn uns das doch ein bisschen hülle gekostet hat was jetzt nicht so toll war drohne soll das erstmal die zwei kann ich mal abziehen und dann da reinschicken um zu reparieren naja die drohne war zuerst da gut dann mal wieder zurück auf eure position und wir gucken mal wie sieht das denn hier aus das reicht auf jeden fall noch hier könnte ein schiff vielleicht sein sultan die greifen einfach an das ist aber überhaupt nicht nett leute abwehrdrohne aktivieren rakete auf die schilde wobei auf der wie ist das denn bei den schilden die werden ja dadurch nicht die aktiviert richtig ach so und die rakete fliegt dann auch gegen die schilde ok wir haben schon wieder was auf unseren unsere schild systeme bekommen aber wir können halt auch so ein bisschen raketen abwehren das ist auf jeden fall jetzt schon super wichtig rakete können wir noch mal nehmen für die schilde und die geht vorbei ach komm schon ist doch mist noch mal auf die schilde gut das hat jetzt wenigstens mal gesessen und das geht wieder vor dran vorbei ja was ist denn da los raketen haben wir jedenfalls noch genug die rakete geht auch dran vorbei und schießen wir jetzt mal auf die brücke gut da brennt schon mal das ist doch schon mal ganz nett so rakete wieder auf die schilde wenn das wieder aktivieren sollten wir auch machen das hat jetzt wehgetan gut als nächstes dann noch mal auf die brücke mit dem laser und das war es dann auch schon gott sei dank habe ich die drohne das hätte glaube ich echt wehgetan also konnten wir uns noch mal ganz gut hier schlagen ich würde jetzt mal wirklich sagen wir holen uns eine zweite schildbarriere wenn wir genug dafür haben tatsache das ist doch schon mal super so sind wir halt ein bisschen besser geschützt und dann geht es mal auf zum ausgang die 41 schrott werde ich auf jeden fall behalten ok holpa trümmer finden wir hier gibt ein bisschen schrott drohnteil alles klar auf den nächsten sektor jetzt haben wir nur die auswahl zwischen nebel und nebel einen unbekannten nebel oder den snack o heimat nebel ich glaube es macht hier auch von der abwechselnd obwohl doch moment wir fliegen hier durch den snack o heimat nebel und haben wir nämlich das macht keinen unterschied was rede ich da gut nehmen wir mal den unbekannten nebel mal gucken was uns erwarten wird elektronik fällt aus das ist natürlich super ich würde sagen entschuldigung wir halten uns mal ein bisschen mittig dann sehen wir auch wieder was da so in der nähe drum rum liegt sieht man das eigentlich auch im nebel fragen über fragen ach komm wir fliegen erst hier hin da hängen ja auch noch ein paar systeme dran rebellen aufklärer er sich sogar tarnen kann wird aber ansonsten ist das hier jetzt nicht so das problem die waffen müssen erst mal laden der hat überkauft keine schilde was ich ja super faszinierend finde das ging vorbei ich schieße mal mit artemis auf die waffensysteme trifft sogar das ist doch schon mal ganz nett dann aufs cockpit sobald die wieder enttarnt sind muss bald auch mal noch ein paar drohenteile besorgen weil gerade dadurch dass wir die zwei sachen haben die drohenteile brauchen sind die doch kann die ganz schnell alle werden so wo wir schießen darauf und dann sind die auch schon fast geschichte pakete werde ich auf jeden fall nicht noch mal benutzen sind sie wieder getan und zögern das ganze nur in rau hinaus ihren eigenen untergang zögern sie hinaus da kommt schon so geht doch wunderbar ich habe jetzt kurz über 52 schrott sogar ich habe kurz überlegt wir mit schon zwei schild barrieren ich würde fast mal sagen dann könnten wir mal das so ein bisschen aufteilen zwischen schild barrieren und den antrieb es ist vielleicht gar nicht mal so blöd ich würde sogar sagen das würde nicht ja das reicht nicht aber wir können zumindest einmal hier noch was reinpacken diesmal habe ich es richtig gemacht und wir haben immer noch 50 schrott über 50 schrott und dann fliegen wir mal fliegen wir mal wo fliegen wir denn mal hin wir fliegen einfach mal dahin ein automatisiertes rebellenschiff liegt nahe einer kleinen rebellenraumstation hat es schon zwei schilde gut aber wir greifen das mal an und kann sich sogar tarn ja ich sollte hier immer öfter drauf schauen ja ich weiß das habe ich schon mal gesagt aber hey das war doch schon mal ganz nett für den anfang aber auch noch mal getroffen unsere drohne wurde gerade zerstört das finde ich ja sehr interessant die kann auch zerstört werden wir haben hier gerade ein paar kleinere probleme und ich treffe mit der rakete nicht gut ich schieße mal auf die waffen systeme mit der rakete das ist schon so ein bisschen gut das hätten wir erst mal erledigt hat sich wieder getarnt aber wenn mit den leser auch wieder ok dann auf die schilde bitte ein treffer ist jetzt auch nicht so pralle glaubt bei diesen kleinen schiffen die ein bisschen wendiger sind wo wir auch öfter verfehlen muss ich halt wirklich auf das cockpit schießen 42 schrott gab es immerhin hier gibt es noch mal was von der station treibstoff drohnteile und auch noch ein bisschen schrott es sah doch schon mal ganz ok so weit aus gut ich schicke euch alle mal da hin und ihr mal zurücklaufen ropa muss noch kurz auf die krankenstation der kann dann auch zurück und dann geht es mal weiter da hätten wir einen shop der liegt da natürlich äußerst blöd ich glaube ich springe erst mal möglichst weit hier nach rechts und da sind ja noch genug systeme da oben muss jetzt nicht hier so zickzack springen das können wir ja da auch noch machen dann würde ich nämlich sagen springen wir da als nächstes hin ach da werden wir fast wieder zusammengeprallt ich glaube wir verzichten jetzt mal auf ärger weil ich habe auch nur noch fünf raketen da haben wir einen shop gucken wir mal was es hier schönes gibt wir haben zwar nur knapp über 100 schrott aber mal gucken crew teleporter drohen bergungs arm waffen vor zünder das ist ganz nett können wir uns leider nicht leisten lade verstärker jeden fall mal alles reparieren haben wir denn hier noch crew ja nie also drohen bergungs arm nicht zerstörte drohen werden beim springen eingesammelt damit ihre teile wiederverwertet werden das ja gut da muss man halt auch schiffe mit drohnen treffen aber wie wahrscheinlich ist das würde lieber mal sagen wir holen uns hier ein paar raketen paar drohnen teile und dann noch so viel treibstoff wie geht dann haben wir noch 45 schrott und das sollte doch erst mal ein bisschen wieder reichen raketen sind wir etwas knapp gemessen aber treibstoff sieht auf jeden fall super aus drohnen teile sollte auch noch gut reichen rebellenschiff in der nähe roten verfolgung verdoppelt für ein sprung das ist natürlich ganz schön doof okay dann geht es mal hier hin ich wollte das jetzt nicht angreifen weil das zwei schilder hatte aber wir müssen hier auch bald mal wieder ein bisschen kämpfen weil sonst von nichts kommt nichts und nichts kommt nichts oh felis frachter wir haben felis crew mitglied machen wir das mal oh 62 schrott kriegen wir von denen ola aber gerne doch so dann fliegen wir mal dahin ist doch ein bisschen blöd ich war jetzt davon ausgegangen dass man wirklich beliebig zwischen den systemen hin und her springen kann aber das ist da leider nicht der fall gut du willst was auf die nase kriegen wir müssen hier den ganzen system mal wieder energie geben ich glaube ich nehme jetzt wirklich erstmal nur den laser ansonsten warten wir dann mal ach wo schieße ich denn drauf ich muss auf den antrieb schießen immerhin getroffen ftl verzögert das ist schon mal wichtig so jetzt noch drei treffer dann haben wir den auto aufklärer auch erledigt und das hat auch gepasst wunderbar also wenn er dann abhauen kann und teilt die position mit dann sind die halt für eine bestimmte zeit also kommen die rebellen doppelt so schnell näher irgendwie sowas auf jeden fall kommen sie dann schneller näher gut das ist doch schon mal ganz nett ja gut wir müssen jetzt glaube ich obwohl wir könnten noch hier hoch ich glaube das können wir uns noch erlauben und hier ist nichts das ist nicht schön das ist ja hier ein bisschen essig gerade in dem nebel gut wir können jetzt auf jeden fall ja pauen das machen wir auch dann fliegen wir jetzt nämlich in den zivilen sektor vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen schrott ich würde fast sagen wir gönnen uns hier noch ein bisschen mehr ausweichen da haben wir schon ja da hätte ich zuerst gucken sollen verdammter mist jetzt kriegen wir erstmal dahin gut KI-Bombe schnellfeuerlaser ist ganz schön teuer 50 für stufe 1 finde ich jetzt nicht so toll ansonsten hier haben wir wieder Crew auf Seite 2 ich würde mal sagen davon brauchen wir was ganz schön teuer da haben wir gar nichts mehr das ist aber gar nicht so toll dann mal hier runter als erstes dann können wir ja ein bisschen weiter wieder nach oben fliegen dann Richtung Ausgang hier gibt es nix da ist schon wieder ein Shop das ist ja mal was ist denn hier los jetzt wo ich ihn nicht brauche automatischer Aufklärer der greift einen kleinen Treibstoffaußenposten an wir verteidigen den mal vielleicht fällt ja für uns dabei was ab und das kann sich mal wieder tarn machen wir das mal an so und einmal eine Atemnisrakete auf die Schilde hat sogar gesessen hat sogar gesessen das ist schon mal super dann schießen wir nochmal auf die Schilde sind noch nicht komplett deaktiviert das ist ein bisschen blöd na jetzt sind sie wieder getarnt aber ich finde es super dass ich das hier von der Aufladerate nicht komplett zurücksetzt wenn die sich wieder tarn das wäre nämlich echt mies ich mache schon wieder schon wieder das gleiche Problem hier schießen wir aufs Cockpit das waren drei gute Treffer und wieder auf die Schilde sobald der sich wieder enttarnt das war doch schon mal ganz gut wunderbar erledigt wir haben ein bisschen Hülle verloren aber das liegt alles noch im Rahmen 31 Schrott gibt es immerhin und hier gibt es nochmal eine Menge Zeug von der Station dafür dass wir den Aufklärer erledigt haben da sind wir wieder bei 74 Schrott und gab noch ein bisschen Kleinkram dazu wir fliegen jetzt einfach mal da zum Shop ich weiß nicht also mit ne das ist das ist ein bisschen wenig Schrott wir haben schon im letzten System ein bisschen also bin ich ein bisschen blöd geflogen konnte ich nicht so viel mitnehmen wie ich wollte dann machen wir das jetzt hier mal anders so einmal bitte du hast gar keine Schilde dann schießen wir auf die Waffensysteme hat auf jeden Fall getroffen so dann aufs Cockpit warum auch immer so eine Drohne ein Cockpit hat ich habe jetzt darauf spekuliert dass die Rakete nicht trifft und sie hat nicht getroffen das sieht doch gut aus erledigt wunderbar das war ein guter Kampf 44 Schrott das lohnt sich ja momentan hier richtig auf jeden Fall ja fliegen wir erstmal dahin das müsste dann immer noch passen notfalls kürzen wir dann da oben ab wir ein Zivilschiff wird von Piraten angegriffen wir helfen dem mal uiuiui das ist aber schon ganz schön sieht auf jeden Fall sehr dick aus die können sogar schießen wenn sie getarnt sind das ist mal das ist doch mal total unfair gut einmal bitte auf die Schilde ich glaube ohne zwei Schildbarrieren wären wir hier ganz schön am Arsch und die geht vorbei das ist ja mal nicht cool ja das ist ja der letzte hätte ruhig treffen können ganz ehrlich ei 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 sie ging vorbei weil die sich getarnt haben ging die wirklich vorbei weil die sich in dem Moment getarnt haben oder kann die auch treffen während die unterwegs ist ich muss jetzt hier beide Waffen benutzen weil sonst ist das nämlich blöd ach endlich hat es mal gesessen hier so und ich baller jetzt fleißig weiter auf die Schilde mhm ja gut die sind gleich wieder in Ordnung weil die Säppel tarnen sich das hat auf jeden Fall weh getan das war jetzt nicht so dolle ich schieße jetzt hier weiter mit Atem ist zu lang auf den Waffensystem nicht so viel Energie habt wir haben ja keine andere Waffe in dem Moment da sind sie wieder getarnt so jetzt können wir die wieder aktivieren das Problem ist wenn die sich enttarnen muss ich die Waffe wieder komplett neu aufladen können natürlich auch abhauen aber ich will die jetzt hier unbedingt erledigen kann ja nicht sein dass wir die hier nicht klein kriegen so das war jetzt auch nicht so dolle ich baller hier meine ganzen Raketen la 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 ja okay so dann machen wir das nochmal so und ich halte da jetzt mit beiden Sachen drauf ihr geht auch vorbei das ist halt echt blöd wenn Gegner wendig sind die hat aber gesessen und das dürfte es doch gleich gewesen sein jetzt werde ich auf jeden Fall nicht abhauen das wäre nämlich ziemlich doof ja fast ach wisst ihr was ich nehme jetzt auch noch die Rakete dafür damit wir nicht noch mehr Hülle verlieren 63 Schrott das hat sich auf jeden Fall gelohnt cool und wir kriegen Ionschlag dafür nochmal 28 Schrott die Frage ist will ich das Ding benutzen oder will ich das Ding nicht benutzen ich brauche 1 Energie das wäre vielleicht gar nicht mal so das Problem 1 Energiepunkt können wir uns auf jeden Fall locker leisten machen wir das mal so und dann können wir alle 3 Waffen benutzen und damit können wir halt Systeme ausschalten alles klar gut ich würde sagen wir machen nächstes mal weiter ich weiß momentan nicht so was ich von diesem Run halten soll ganz ehrlich das ist so ein bisschen unterdurchschnittlich würde ich mal behaupten auch wenn wir jetzt schon wieder ganz gut Schrott bekommen haben aber generell überzeugt mich das Ganze noch nicht so um es mal so zu formulieren ich hoffe trotzdem ihr hattet ein bisschen Spaß das war es erstmal wieder von mir und bis bald bis bald bis bald bis bald